Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 415. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Der Herr Basti. Gude und Grüße. Und der Herr Marvin. Heute aus der Tonne, hallo. Jaja, deutsches Internet ist nicht überall so ideal, ich weiß. Und ich muss da auch vorsichtig sein, mit welchen Steinen ich da werfe. Ich bin da ja, glaube ich, auch zumindest arbeitgebertechnisch nicht so ganz unschuldig dran. Aber gut, so ist das. Wir versuchen das Beste draus zu machen, genauso wie die Eintracht versucht das Beste aus diesen Fußballspielen zu machen. Bevor wir gleich aber über Stuttgart reden, hier an dieser Stelle nochmal, wie mittlerweile schon Tradition, ein bisschen Housekeeping. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses ganze viele Feedback, was wir vor allen Dingen auch bekommen haben. Ihr werdet es nachher, wenn wir zu der Hörerfrage und zu den Empfehlungen kommen, mitkriegen, dass wir wieder ganz viel Sachen mitgeteilt und geschickt bekommen haben. Und wir haben natürlich auch ganz viele Spenden von euch da draußen wieder bekommen, auch in dem Monat. Das sieht wieder ganz wunderbar aus. Und stellvertretend möchten wir den Jens hier mal erwähnen. Der hat nämlich mit seiner Spende in der letzten Woche da wieder so ein bisschen den Vogel abgeschossen. Von daher stellvertretend für alle anderen. Vielen Dank an den Jens dieses Mal. Und jetzt lasst uns reden über Stuttgart. Auch hier tatsächlich Rotation in der Startaufstellung. Genauer gesagt im Mittelfeld. Wer sich aber dabei gedacht hat, dass Ilshanker rausrückt, wie wir es ja letzte Woche so ein bisschen besprochen hatten. Und vielleicht da irgendwas anderes ist. Nein, weit gefehlt. Ilshanker ist drin. Und nebendran kommt natürlich der kongeniale Traumpartner Dominik Korwal-Rode. Was hatte er? Einen Krampf-Achillessehnen-Irgendwas-Szenendings im Gesäß. Also quasi hat zu lang gesessen und hat einen Krampf im Hintern und konnte nicht spielen. Und deswegen war das ultimative Mittelfeld auf der Doppel-Sechs Ilshanker und Kor. Basti, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie groß war deine Freude, als du diese Startaufstellung gesehen hast? Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, weil wir es glaube ich auch alle herbeigeredet haben. Stimmt allerdings auch. Es konnte nicht anders kommen, als dass wir eine Besserung erhofft haben und dann wird es noch schlechter. Also im Endeffekt haben wir das alle gemeinsam, ganz Eintracht Universe hat das gejinxt, weil man dachte, ah Ilshanker kommt endlich mal raus. Und dann hast du gedacht, nee, weißt du was, Ilshanker bleibt drin und neben ihm spielt noch jemand, der eventuell auch nicht so wohl gelitten ist bei dem einen oder anderen. Das heißt, für mich ist das eigentlich die Worst-Case-Doppel-Sechs gewesen. Von daher hatte ich aber ehrlich gesagt vorm Spiel noch dieses Zutrauen, was ich mir hier letzte Woche hier eingeredet hatte. Und das war ja dieses von wegen, gut, der wird sich ja da was bei denken. Im Endeffekt muss ich davon ausgehen, dass Adi Hütter mehr Ahnung von Fußball hat als ich. Das ist wahrscheinlich auch weiterhin so. Und wenn er das macht, habe ich irgendwie noch ein naives Vertrauen gehabt zu denken, okay, der wird sich dabei schon was gedacht haben. Aber ja, im Laufe der ersten Halbzeit hat sich dann zumindest das nicht bestätigt. Also vielleicht hat er sich ja auch was dabei gedacht. Die Frage ist, hat er den Spielern gesagt, was er sich dabei gedacht hat? Weil im Umkehrschluss, wenn das das, was die in den ersten 45 Minuten auf den Platz gebracht haben, das ist, was sich Adi Hütter dabei gedacht hat, dann sollte er das vielleicht nochmal überdenken. Oder, Patricia? Ja, schwierig. Also was soll ich sagen zur ersten Halbzeit? Alles, was dir dazu einfällt, bitte. Gehe ich davon aus. Und da lief ja halt auch wirklich gar nichts zusammen. Also durch alle Mannschaftsteile weg, okay, Kevin Trapp kann ich da vielleicht noch ein bisschen rausnehmen. Aber sonst war das ja zu wenig, kann man einfach sagen. Und was mir da so ein bisschen Sorgen bereitet hat, ist, dass die Abwehr auch noch angefangen hat, irgendwie rumzuwackeln. Also das ist ja das Letzte, was wir gebrauchen können, wenn wir schon defensiv aufstellen. Sehr defensiv. Dass dann noch die Abwehr wackelt, ist halt der Worst Case, weil dann, weiß ich halt nicht, dann hat sich ja der Sinn der Aufstellung so ein bisschen verflüssigt, sage ich mal. Ja, das ist genau der Punkt. Gerade die Abwehr, wo du normalerweise immer gedacht hast, immer noch Fels in der Brandung, eigentlich immer das, wo du eigentlich nie wirklich dran gezweifelt hast. Aber die bekommen im Laufe dieser Saison schon den ein oder anderen Riss, klar. Älter werden sie alle, aber du merkst halt, die jungen Stuttgarter haben, der Eintracht, gerade in der Abwehr wirklich Paroli geboten. Und sie haben auch wirklich die vor große Probleme gestellt. Antworten haben sie nicht gefunden. Ja, also gerade, ich glaube, ihr hattet das bei Fußball 2000 auch besprochen und ich glaube, Phil war es, der gesagt hatte, dass es auf einmal auf schnelle Spiele ankommt. Das war natürlich auch so ein Trend, der schwer zu erkennen war. Und da sind wir ja spätestens bei dem 2-0 ganz explizit reingelaufen, aber vielleicht vorher nochmal. Grundlegend ist es für mich halt, ich habe auch jetzt im Nachhinein viel rumüberlegt, aber wenn du halt eben sagst, du willst aus so einer defensiven Grundordnung irgendwie so ein Spiel aufbauen und dann sind halt so eklatante Lücken da hinten drin, obwohl du diese zwei doch sehr defensiv orientierten Sechser da hast, das macht halt irgendwie keinen Sinn oder das ist halt irgendwie sehr deprimierend. Und dann hast du halt eben auch noch diese Szene, die zu diesem 1-0 führt, wo du diesen absolut unnötigen Foul hast, was zu diesem Elfmeter führt, der ja auch mehr als berechtigt war. Also das habe ich halt auch nicht verstanden, wie man da an der Stelle dann so in diese Situation reingehen kann. Ja, das ist es ja. Also das ist genau das Ding halt, wenn du denkst, okay, das ist jetzt nicht so offensiv, wie man sich das vielleicht erhofft hat, weil wir gesehen haben, wenn Younes oder Barcock reinkommen, dann ist ein bisschen mehr Betrieb vorne. Wenn das so ist, ist ja das Einzige, was du dann positiv sehen wollen würdest, dass du dann denkst, dass du halt hinten dicht stehst. Und dann hast du vielleicht, ja, der Idealfall, wenn so eine Aufstellung da ist, ist ja, dass du irgendwie merkwürdig 1-0 in Führung gehst oder dass du zumindest 0-0 bleibst und du dann gegen Ende irgendwie denkst, okay, jetzt kann man nochmal jemanden bringen, um das Spiel irgendwie zu machen. Dass wenn du so aufstellst, so vogelwild da teilweise rummachst, dass Stuttgart wirklich das Mittelfeld mit zwei, drei Pässen überspielen konnte oder halt, wenn die nicht überspielt haben, überrannt einfach. Das war für mich viel, viel zu einfach. Und dann brauchst du halt auch so nicht aufstellen, weil so, wenn du offensiv aufstellst, viel mehr Lücken kannst du auch nicht lassen. Also von daher, keine Ahnung. Also ich hab's, wie gesagt, von Anfang an nicht unbedingt verstanden, hab aber dann gedacht, gut, wenn's halt so ist, dann sollte es zumindest hinten irgendwie dicht sein. War's aber dann nicht. Und das ist halt dann, was sowas betrifft, der Worst Case, ehrlich gesagt. Ja, so ein bisschen unverständlich, wenn du sagst, okay, du willst, wenn du dir mal so die einzelnen Mannschaftsteile anguckst, du hast eine Abwehr, die irgendwie sehr hoch steht, damit du vielleicht auch irgendwie früh kompakt ins Pressing gehen kannst, um dann irgendwie in die schnellen Konter zu gehen, dann verstehe ich das ja noch. Aber wenn's dann halt auf den Linien davor und noch eine weiter vor halt dann total scheitert, weil du halt da irgendwie null Offensivaktionen oder null zwingende Offensivaktionen hast und auch irgendwie das Gefühl hast, dass all diese Konter, die wir in den letzten Jahren gespielt haben, was ja so ein gutes Spielsystem war, womit wir auch viel gepunktet haben, halt irgendwie absolut nicht stattfindet, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen erschreckend, wie das über diese einzelnen Teile der Mannschaft auf dem Spielfeld gesehen da halt irgendwie nicht wirken kann. Und das kann jetzt meiner Meinung nach auch nicht einzig und allein daran liegen, dass jetzt ein Kostic nicht da ist. Ich meine, klar, der hat natürlich auf links da viel Betrieb gemacht und viele Lücken gerissen, aber die anderen drumherum waren ja auch noch irgendwie da und die haben da ja auch an dem Spiel teilgenommen. Also irgendwie ist das alles sehr unstimmig gerade. Ich bleib dabei, dass es für mich eine Einstellungssache ist. Also am Ende, wir können jetzt immer wieder über Einzelspieler sprechen, aber ich fand, die Einstellung war in der ersten Halbzeit einfach nicht da. Und wie Kai aus der Kiste kam in der zweiten Halbzeit, ja, ob es jetzt nur an den Wechsel lag, weiß ich nicht. Aber das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass der Eintritt sich in der zweiten Halbzeit motivieren kann. Aber mich treibt die Frage um, warum das immer erst zur Halbzeit der Fall ist und nicht zum Start, weil du musst doch nicht immer zurückliegen. Warum müssen wir 0-2 gegen Stuttgart zurückliegen? Lass uns doch mal einfach mal 3-1 das Ding gewinnen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also diese komplette blutleere Vorstellung der ersten Halbzeit, die hat uns ja, glaube ich, alle wütend gemacht. Ich glaube, ich habe es kurz mit Basti geschrieben. Was ja da irgendwie auch gemeint, naja, irgendwie Alarmstufe Red ist sicher so. Also das war so, war der erste Ansatz. Und dann siehst du halt die zweite Halbzeit und siehst, okay, sie haben es wieder einigermaßen okay gemacht. Aber es ist doch einfach unglaublich ärgerlich zu sehen, dass das Potenzial da ist. Aber es wird nicht abgerufen, dieser Konstanz. Ja, das zerstört dir doch auch die Freude so ein bisschen. Also an der zweiten Halbzeit, tut mir leid, die war doch ganz ordentlich. Aber so wirklich freuen konnte ich mich dann auch nicht, weil ich halt noch sauer war aus der ersten Halbzeit. Weil, also es kann ja nicht sein, dass du 2-0 zurückliegst, völlig unnötig. Und das dann 2-2 aufholst, ja, gut, hast einen Punkt gerettet. Und es ist ja auch alles schön und gut, aber ich weiß nicht. Also was mich halt stört ist, wie du schon gesagt hast, dass es in der Halbzeit ja scheinbar klappt, die Mannschaft zu erreichen irgendwie und dann Ansprache zu halten. Was ich nicht verstehe, ist, warum das, selbst wenn du schlecht startest, warum kannst du denn nicht während der Halbzeit noch nachjustieren? Also du musst ja gar nicht wechseln. Du kannst aber irgendwie doch die Mannschaft erreichen durch, weiß ich nicht, ziehst du dir halt mal einen Spieler ran oder rufst was aufs Feld oder irgendwie musst du doch die Mannschaft erreichen können. Mich hat es halt auch gestört, dass zum Beispiel die rechte Seite komplett frei war und ständig überrannt wurde. Und das nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Das ist halt regelmäßig passiert. Und dann kann es ja nicht sein, dass du die Fehler nicht siehst oder zumindest nicht einigermaßen einstellen kannst. Mein Gott, dann rück halt nicht so weit auf, wenn die dich ständig überlaufen. Das kann es ja nicht sein. Und das hat mich halt so aufgeregt, dass da wirklich nichts passiert. Und dann kommen die aus der Halbzeit und auf einmal geht es ja scheinbar. Ich weiß halt nicht, was das ist. Das wäre jetzt auch mal eine Frage an euch gewesen. Was glaubt ihr, ist es halt mehr die Ansprache in der Halbzeit und dieses Wachrütteln oder sind es tatsächlich mehr die Wechsel? Das ist eine Mischung aus allem, glaube ich. Ich glaube aber auch aus dem Faktor, dass du dann denkst, ja gut, jetzt ist es eh egal. Ich meine, das kennt jeder von sich selber auch. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, es ist irgendwas Wichtiges und das ist dann am Arsch, dann denkst du, ja gut, jetzt gucke ich halt. Ehe vor die Wand gefahren, dann mach jetzt irgendwie das Beste draus. Ja, und dann klappt es ja manchmal, wenn du dann irgendwie wahrscheinlich, was Marvin gesagt hat, das ist eine Einstellungssache. Und wenn du dann irgendwie vielleicht machen die sich am Anfang zu viel Druck oder was weiß ich, was die machen, aber scheinbar scheint es ja so zu sein, wie die dann denken, ja gut. Ich meine, wer erwartet denn beim 2-0? Ist ja keiner von uns da gewesen, der gesagt hat, okay, die müssen jetzt auf jeden Fall 2-2 machen, sondern wir waren eher froh, dass es nicht 3-4-0 steht. Da kommen die halt raus, dann wechselst du zweimal und dann gehen die wahrscheinlich auch mal mehr Risiko, unbewusst sogar vielleicht, weil die denken, gut, das ist eh Wurscht. Aber das klappt halt nicht immer. Das ist halt, das geht nicht. Also das geht nicht, dass du dich einfach in diese Situation bringst. Also gut, das ist jetzt durchgegangen, auch weil Stuttgart ein bisschen nachgelassen hat. Aber darauf kannst du dich halt auch nicht immer verlassen, weil wenn Stuttgart ein bisschen mehr Bundesliga-Reife gehabt hätte, hätten die uns wirklich 4-5-0 nach Hause geschickt. Genau, das ist nämlich der Punkt. Sie konnten die Konstanz der ersten Halbzeit ja auch nicht wahren. Stuttgart hat ja komplett einen Gang rund zurückgeschaltet, wo du auch nicht genau wusstest, warum ist das jetzt so. Ja, natürlich, ja, da werden auf jeden Fall die zwei Einwechslungen in ihr Scheffelchen dazu beigetragen haben. Du merkst natürlich auch, dass die Stuttgarter immer noch relativ neu in der Bundesliga sind. Also jetzt, also diese Mannschaft. Und vielleicht dann über 90 Minuten diese Konstanz bringen können. Aber dass es überhaupt dazu kommt, dass wir irgendwie hoffen müssen, dass ein 0-2 egalisiert wird, ist halt trotzdem eine ärgerliche Situation. Und deswegen finde ich es auch vollkommen okay, wenn wir da halt nicht alle total glückselig sind, weil wir jetzt einen Punkt geholt haben. Ich meine, es ist schön, wenn Leute sich darüber freuen und sagen, hey, das ist super, wir haben einen Punkt und wir holen fleißig weiter einen Punkt gegen lauter Mannschaften, die eigentlich wesentlich schlechter sind als wir. Wenn man damit zufrieden ist, ist das auch in Ordnung. Aber das ist halt, glaube ich, auch nicht der Selbstamtsspruch der Eintracht. Und ich glaube, es ist durchaus okay, wenn man das auch dementsprechend offensiv formuliert. Wobei wir ja letzte Woche schon festgestellt haben, dass wir so das Gefühl haben, dass die Eintracht gar nicht weiß, was ihr Anspruch in diesem Jahr sein wird. Und das Gefühl hatte ich in dem Spiel halt auch wieder so ein bisschen. Also ich habe mich schon gefreut, dass dieses 2-2 gefallen ist. Ich hatte auch zum Beginn der zweiten Halbzeit die Erwartungshaltung, dass da mindestens ein 2-2 stattfindet. Und ich habe mich auch immens gefreut, als das 2-2 gefallen ist. Danach habe ich aber auch direkt realisiert, dass wir von Anfang an so gespielt hätten, da wesentlich mehr drin war. Und es fühlte sich dann so an, als wenn mir quasi so im Jubel direkt wieder einer auf die Nase geboxt hat und ich einfach wieder zusammenbreche. Weil ich mich so dermaßen geärgert habe, weil ich es nicht verstehen kann, dass man defensiv in die erste Hälfte rein startet und in der zweiten dann offensiv nachlegt. Ich hätte es genau andersrum erwartet, dass man gegen einen Aufsteiger offensiv vorlegt und dann halt in der zweiten Halbzeit meinetwegen auf irgendwie drei Zerstörer im Mittelfeld geht und sagt so, und jetzt falten das Ding. Aber andersrum hat es halt für mich irgendwie null Sinn gemacht. Macht es auch jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, man merkt auch, ich meine, wir probieren es ja auch hier immer ein bisschen zu beschreiben, aber eine wirkliche Erklärung, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir keine. Ich habe keine. Also ich habe keine, weil dieses, wir haben ja die Diskussion letztes Mal schon geführt, es gibt viele, die regen sich Belsanker auf, dann gibt es Leute, die sagen, ja, wenn man jetzt Barcock und Yunus reinbringen würde, dann würde sich alles ändern. Ich fände das ehrlich gesagt dramatisch, wenn das so wäre. Nee, gut, in der zweiten Halbzeit hat sich ja gezeigt, durch den Wechsel hat sich ja viel geändert. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein. Aber das sind Verkürzungen. Für mich sind das ehrlich gesagt Verkürzungen. Und ich verstehe das, dass wir das alle machen, weil für uns ist das, und das machen ja tatsächlich unfassbar viele Journalisten auch, die genau das anfühlen. Das sind die zwei Wechsel, deswegen musst du so und so agieren. Das ist aber für mich irgendwie eine Milchmädchenrechnung. Ich hätte das auch gern, wenn Fußball so einfach wäre. Aber ich glaube einfach nicht, dass es so einfach ist, dass du immer nur zwei Leute bringen musst und dann wird es plötzlich besser. Nee, das erklärt ja nicht, warum in der ersten Halbzeit überhaupt nichts lief. Diese Mannschaft, auch in der ersten Halbzeit, muss qualitativ und ist eigentlich qualitativ in der Lage, die Stuttgarter zu besiegen. Das ist das eigentliche Potenzial, wovon ich selbst überzeugt bin, selbst wenn Ilsacker und Kräuter spielen. Können die das normalerweise? Das ist eine Mannschaft, die hat nur gehoben das Bundesliga-Niveau. Aber sie machen es nicht. Und das ärgert mich. Und das ist viel tiefgreifender als die Wechselmöglichkeit. Weil eine Wechselmöglichkeit übertüncht ja Fehler, die wir jetzt gerade versuchen herauszuarbeiten, wo wir aber nicht wissen, wo der Kern liegt. Und das ist genau das Problem. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist sicherlich ein Bestandteil der Lösung, aber es ist nicht die komplette Lösung an sich oder nicht. Das komplette Problem ist nicht mit den Wechseln gelöst, sondern es liegt mit Sicherheit a mit der Frage, warum wird von der 100% Qualität, die da aufgestellt wird, nur irgendwie 40 auf den Platz gebracht? Warum hast du das Gefühl, irgendwie die haben diese Null-Bock-Einstellung und keiner geht richtig irgendwie mal in die Zweikämpfe rein und rennt hinterher und will irgendwie dieses Tor wirklich machen? Und generell auch die Frage, warum wählt der Trainer eine defensive, ausgerichtete Aufstellung gegen einen Aufsteiger? Und warum sagt da keiner aus der Mannschaft, ey Trainer, ich würde das vielleicht gerne mal anders machen, weil wir sind hier nicht, wir müssen hier keinen Angsthasen-Fußball spielen. Also es sind halt mehrere Bausteine und ich habe momentan nicht das Gefühl von außen betrachtet, dass die wirklich erkannt werden als Thema. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Mannschaft weiß schon, dass dann eine gewisse Unzufriedenheit da ist. Ich glaube, bei der Mannschaft herrscht selber eine gewisse Unzufriedenheit. Ich hoffe nur, dass sie nicht so ratlos sind wie wir. Weil dann wäre es schwierig. Da würde ich mir auch ernsthafte Augen drum machen, wenn es so weit wäre. Ja, das ist allerdings richtig. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen ratlos. Aber die Ratlosigkeit zieht sich jetzt auch schon länger. Wir haben ja die Spiele besprochen alle. Was? Köln? Weißt du nicht, wieso? Bielefeld weiß man nicht genau, wieso Bremen auch nicht. Gegen Hoffenheim hat es dann halt noch funktioniert. Gegen Hoffenheim hat es halt noch funktioniert. Ich finde, der Hertha-Sieg hat sich im Nachhinein vielleicht eventuell auch ein bisschen relativiert. Also so stark, wie wir die da gesehen hatten, waren die da noch nicht. Also Hoffenheim im Nachhinein auch nicht. Also so ein bisschen haben sich sogar die Siege gegen Hoffenheim und Hertha relativiert, muss man sagen. Also das sind jetzt keine Überflieger diese Saison. Und man muss jetzt halt mal gucken. Du hast dich jetzt halt einfach selbst in die blöde Situation gebracht, dass du bei einem Spiel, wo du eigentlich wahrscheinlich nichts holst, trotzdem irgendwie das Gefühl hast, du müsstest. Du hast jetzt zwei Wochen Zeit, darüber nachzudenken, was gegen Leipzig passiert. Und Leipzig waren halt diese Spiele, die in der Rückrunde zum Beispiel in der letzten Saison ein bisschen so eine Trendwende herbeigeführt haben. Aber auch hier sage ich es nochmal. Das kann sich nicht immer auf solche Dinge verlassen. Also du solltest irgendwann mal einfach, weiß ich nicht, vorausschauender Plan, sage ich mal, was, weiß ich nicht, die Leistungen betrifft, so komisch sich das anhört. Aber du hättest dir locker irgendwie eine Situation schaffen können, wo du die Spiele, die jetzt kommen, die knackiger sind. Du spielst, glaube ich, zu Hause gegen Leipzig, dann zu Hause gegen Dortmund, zu Hause gegen Gladbach. Man hat halt eine Auswärtsspiele bei Union in Wolfsburg. Ja, Leute, das ist nicht safe, dass die Eintracht da viele Punkte holt in diesen fünf Spielen und du hättest die jetzt halt schon haben können und hättest locker aus diesen fünf Knacker-Partien, die es jetzt werden, nice-to-have-Spiele machen können. Ist jetzt nicht der Fall. Und das ist unglaublich unnötig, aber umso öfter wir hier in den letzten Jahren drüber reden, habe ich auch das Gefühl, das ist ein bisschen Groundhog Day. Wie oft haben wir schon gesagt, ja, hätte man da jetzt mal gewonnen. Ich weiß nicht, was das ist, warum das so ist. Es scheint aber einfach so zu sein, egal, wer da spielt. Kein Plan, warum es das ist. Das ist im Endeffekt, weiß ich nicht, lässt mich das fast verzweifelt zurück, umso länger ich darüber nachdenke. Das ist irgendwie so eine blöde Situation. Du siehst ganz offensichtlich, da ist irgendwie ein Problem. Du willst es lösen, dir fällt aber absolut nichts ein und du hast das Gefühl, dass den anderen halt genauso wenig einfällt und du machst halt nichts anderes, als sich ratlos anzugucken. Ja, und ich glaube, die Patricia hat auch keine Lösung oder kannst du uns irgendwie aus der Misere holen, Patricia? Nee, absolut nicht. Also deswegen bin ich auch ziemlich ruhig, weil ich nicht weiß, also ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist nicht mal, es ist ja nicht mal, dass ich den krassesten Anspruch an die Eintracht habe. Ich weiß schon realistisch, was das für ein Team ist, dass das nicht vergleichbar ist mit jetzt meinetwegen Gladbach und Dortmund. Das ist mir schon bewusst, aber es ist mir auch bewusst, dass man eigentlich besser ist als, weiß ich nicht, Aufsteiger oder Köln, die sich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben und du das dann aber punktmäßig und auch von den Leistungen her zum Teil nicht zeigst. Also ja, und das ist halt das, wo ich nicht weiß, ich kann nicht erklären, warum und ich kann auch nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil das lässt einen ja, wie ihr schon gesagt habt, man verzweifelt so ein bisschen daran, weil man ja sieht, was möglich wäre und man sieht in der Gesamtentwicklung die Eintracht ja eigentlich auch auf einem guten Weg. nur macht sie sich halt schwerer, als es sein müsste eigentlich. Also da ist ja Potenzial da, das sieht man, das lässt sie ja sogar aufblitzen in, ja, manchmal ein paar Minuten in einem Spiel, manchmal eine ganze Halbzeit. Deswegen keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Also so ein bisschen wie der, also so ein bisschen wie der moderne Kayo, die ganze Mannschaft. Du siehst auf jeden Fall, dass das Potenzial da ist. Hau noch mal so ein paar Zauberdinger raus, aber dann siehst du wieder in zwei Spielen gefühlt gar nicht und zeigen überhaupt nicht ihr Potenzial. Also es ist irgendwie, vergleiche ich mit Kayos vielleicht ein bisschen wagemutig, ja, aber vielleicht ist meine Erinnerung da auch so ein bisschen neblig, ja, aber ich war ja immer großer Kayo-Fan. Ja, Alex ist jetzt nicht da, dann kann ich das auch mal sagen, mal wieder. Aber es ist irgendwie, es ist halt irgendwie, Genie und Wahnsinn liegen gerade eng beieinander und Genie ist auch nur das Bundesliga-Genie, weil auf internationaler Fußball-Ebene ist da relativ wenig Genie, aber für die Bundesliga, es gibt ja immer diese Elemente, wo es reicht, wo du auch siehst, Kamada ist plötzlich am Zaubern und haut die Dinge raus und dann siehst du dann auch Kamada, siehst du wieder komplett nicht. Und das ist halt, also Konstanz haben ja nur ganz wenige Spiele. Ein Silver, der scort wenigstens relativ oft. Du hast einen Kevin Trump, der macht auch keine Fehler oder wenig Fehler. Wenig, also im Verhältnis zum Rest der Mannschaft macht er wenig, so komplett fehlerfrei ist da glaube ich keiner in der Nummer. Genau, aber das Leistungsniveau ist nicht hoch. Ja, genau. Die Schwankungen sind bei manchen Spielern nicht so groß, aber wenn du dir halt die Gesamtsituation anguckst oder die Gesamtleistung der Elf plus X-Auswechselspieler, die da zum Einsatz kommen, dann hast du da halt schon einfach krasse Schwankungen drin. Und das ist halt das, was uns einfach effektiv die Punkte am Ende kostet. Ja und vor allem auch, dass die Eintracht es halt nicht schafft, gegen Mannschaften zu gewinnen oder Leistung zu bringen zumindest, die halt, ja, spielerisch selbst begrenzt sind. Also sobald die Eintracht das Problem haben wir auch schon seit Wochen, das Spiel machen muss, seit Monaten. Seit Jahren sagen wir das schon. Seit Jahren. Wenn die Eintracht das Spiel machen muss, weiß sie halt nicht, was sie tun soll und du merkst es halt auch und du merkst dann aber auch, dass das dann genau in die andere Richtung geht. Also sie sind ja dann anfällig für Fehler und dann gibt es irgendwie einen dusseligen Fehlpass und dann steht die Abwehr hinten auch noch offen und das kommt halt alles zusammen und ja, weiß nicht. Man kann sich aber dann auch im Umkehrschluss nicht wirklich auf Spiele freuen, wo man sagt, hey, jetzt ist die Eintracht wieder der Underdog, jetzt geht es vielleicht, weil ich mir denke, naja, die Probleme, die sie spielerisch hat, hat sie ja dann genauso gegen die großen Vereine. Ja, aber da ist sie halt nicht drauf angewiesen. Der Leon hat gerade in den Chat geschrieben, ich lese es mal kurz vor, letzten Endes ist es halt so, wie auch überall sonst in der Bundesliga, die Mannschaften, die sich hinten reinstellen, sehen letztendlich besser aus als die, die das Spiel machen müssen. Außerhalb der Top 5 will niemand das Spiel machen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, ja doch, ich glaube, das macht sogar Sinn, Willen macht mehr Sinn als kann nicht, weil ich glaube schon, dass wir Spieler im Kader hätten, die das könnten, aber wir wollen es nicht. Und damit sind wir dann in so einer Patz-Situation, dass wir halt auf der einen Seite dazu gezwungen werden und auf der anderen Seite irgendwie so diese Schranke im Kopf haben, so, nee, eigentlich ist das nicht das, wo ich gerade Bock drauf habe. Ja, ich weiß nicht. Versuche mich jetzt auch selber ein bisschen zu bremsen, weil die Eintracht hat halt trotzdem auch nicht verloren, also so ein kleiner Fortschritt ist da, das heißt, die Eintracht hat sich schon auf einem gewissen Niveau etabliert, was wir vor ein paar Jahren auch noch unterschrieben hätten, zu sagen, die Eintracht ist auf jeden Fall eine gehobene Mittelklassermannschaft geworden, aber halt auch nicht mehr, also die Eintracht stagniert gerade so ein bisschen, aber trotzdem halt auf dem Niveau, woran wir uns in den letzten Jahren gewöhnt haben, so ein bisschen, also das ist schon noch gut, also ich glaube, was ich wirklich sagen kann, das habe ich auch bei Fußball 2000 nochmal gesagt, da wurde ich dafür belächelt, aber was man halt festhalten kann, Eintracht wird safe nicht absteigen und das war auch nicht immer so. Marvin, erinnere dich bitte, als wir in dem Coworking Space nochmal diese Folge gemacht haben, damals mit Kamera, als wir Hashtag X gesagt haben, weil wir damals gedacht haben, gut, die Eintracht der Mannschaft, die kam von Platz 6 bis 16, alles ist dran drin, also da waren wir noch in dem Modus von 6 bis 16 ist alles drin, zumindest das hat die Eintracht weggekriegt, also ich habe wirklich gar keine Angst, dass die Eintracht auch nur in die Nähe der Abstiegsränge kommt. Darf ich dich gerade erinnern, dass wir das in der letzten Saison auch gesagt haben, dass die Eintracht in der Mannschaft ist, die safe nichts mit dem Abstieg zu tun hat und umso später es in die Saison ging, umso knapper wurde der Lachs? Der war ja auch nur ein paar Wochen, also es waren nur zwei, drei Wochen und dann war man wieder raus. Ich glaube, das knapp war letzte Saison, war doch auch easy peasy dann, also Abstiegsangst hatte ich jetzt nicht unbedingt, meine Güte. Patrizia sagt, wir haben uns auch so ein bisschen, damit darf man nicht verneinlassigen, das war eine ungewisse Situation, der hat gerade irgendwie dann ein bisschen underperformt, also da waren ja auch viele auch menschliche Unsicherheiten, dann auch bei uns irgendwo so da, wo wir nicht genau wussten, was anderes ist. Also ich glaube, am Ende hat es ja dann alles gut funktioniert. Aber wir reden uns eh auch ganz gerne in Rage, auch in die Negativrage, aber bei rationaler Betrachtung ist es durchaus so, was sie gesagt hat, Abstieg, es gibt in dieser Saison, und ich glaube, das können wir schon sagen, einfach ganz andere Dulli-Mannschaften, da sollten wir einfach nicht reinrutschen. Nee, vor allem nicht, wenn du, nehmen wir jetzt das Stuttgart-Spiel, du lagst 2-0 hinten und du drehst das halt noch auf 2-2. Klar, ich habe gesagt, ich habe mich nicht besonders stark überschwänglich gefreut, weil es halt mich geärgert hat, weil ich mehr erwartet hatte. Das ist vielleicht auch mein Fehler, aber insgesamt gesehen, wenn du so ein Spiel dann noch auf einen Punkt drehst, ist das also für einen Abstieg, mit dem Abstieg hast du dann nichts zu tun, weil, ich weiß nicht, wenn du das in meinetwegen zwei Dritteln der Spiele schaffst, dann machst du Punkte und dann bist du eigentlich auch ziemlich sicher irgendwo, ja, bist du wahrscheinlich irgendwo im Niemandsland, das wird auch nicht für Europa reichen, aber mein Gott, dann ist das halt so. Ja, aber ich, ja, wie gesagt, das ist ganz schwierig. Ich meine, es ist auch eine Gratwanderung, zu sagen, okay, die Eintracht ist stabil, aber das reicht mir aktuell trotzdem nicht. Ich kann mich da natürlich irgendwie ein bisschen relativieren selbst und da kann man einen weiten Blick drauf werfen, aber trotzdem, Leute, sollten wir uns nicht und die Eintracht selber nicht damit zufrieden geben, dass die eben diese vier Spiele, die wir immer wieder hier ansprechen, nicht gewonnen hat oder zumindest nicht zwei oder drei davon und mich nervt es ein bisschen, muss ich auch sagen, dass die Diskussion scheinbar nur unter Fans geführt wird und öffentlich gar nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die sich großartig ärgern, dass die gegen Bremen, Köln, Bielefeld und Stuttgart nur vier Punkte geholt haben. Nee, das Gefühl habe ich auch nicht. Und dann dadurch auch, was man auch nicht unterschätzen darf, ist halt so eine Verselbstständigung, die so einen Spielplan und so ein Auftragprogramm haben kann. Wenn du ein Auftragprogramm hast, was einigermaßen easy peasy ist und du gewinnst auch noch gegen Hoffenheim und Hertha, wo du am Anfang gedacht hast, das weiß man nicht, muss man gucken, dass ich das schnell in eine positive Richtung verselbstständigen kann und dann mit ganz, ganz breiter Brust gegen Leipzig plötzlich spielst, weil du irgendwie, weiß ich nicht, Vierter oder Dritter bist. Und das wäre wirklich ohne Rocket Science drin gewesen. Das ist, glaube ich, das, was uns alle ärgert. Nicht, dass die Eintracht die Dritte ist, sondern das hätte nicht viel bedurft. Weißt du? Also es ist nicht so, dass man denkt, boah, die Eintracht ist meilenweit von XY entfernt und da müssen wir noch ein paar Jahre warten. Also die Entwicklung, die wir immer irgendwie vergleichen mit Gladbach, da wissen wir, dass die Eintracht zwei, drei Jahre und zwar drei erfolgreiche Jahre hinten dran ist, um irgendwie auf dem Niveau zu sein wie die, klar. Aber die Eintracht könnte locker diese Chance nutzen, die gerade besteht, dass die Eintracht einigermaßen stabil aufgestellt ist, was Corona betrifft und halt so Mannschaften wie Bremen, Schalke einfach mal längerfristig abschütteln. Auch tabellarisch dann und dann will ich halt auch auf dem Platz sehen. Das schafft die Eintracht gerade nicht. Kann sein, dass das noch kommt, aber aktuell muss man sagen und das würde ich mir auch von der Mannschaft wünschen und von den Verantwortlichen auch, dass man jetzt gerade sieht, Scheiße, das ist echt Kacke, weil es ist Kacke, weil es wird sich auch noch einnorden, wenn die nächsten Spiele jetzt, wo Gegner sind, wo wir eigentlich nichts holen könnten, dann auch wirklich vielleicht mal nichts geholt wird und dann stehst du nämlich da. Dann fehlen dir nämlich diese Punkte. Jetzt ist noch alles in Ordnung, aber es kann sich schnell drehen, wenn du da irgendwie jetzt, keine Ahnung, zu Hause 4-0 gegen Leipzig verlierst, was nicht unmöglich ist. Es sind halt wirklich nur diese Kleinigkeiten und da auch das, was wir ja auch schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit angesprochen haben, es fehlt halt jetzt auch so ein bisschen so dieser Gegenpol, die Fans, die solche Themen dann halt auch in Form von Bannern oder sonst irgendwas dann halt auch im Stadion ansprechen. Es ist halt, du hast so das Gefühl, das bekommt halt irgendwie wenig Aufmerksamkeit und es wird halt auch vom Verein wenig adressiert, was entweder einfach nur sein kann, dass sie das nicht tun wollen, es aber trotzdem mitbekommen haben und daran was ändern oder halt einfach es nicht so in der Maß wahrnehmen, wie wir es wahrnehmen. Aber dadurch, dass du da halt zusätzlich auch noch diese Unsicherheit hast, macht es dich halt doppelt irgendwie kriegekehrt. Ja. Kriegen wir das Problem jetzt hier gelöst? Nee. Ich glaube, ich glaube, weil wir es nicht benennen können. Nee. Aber ich glaube, ganz, 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 ganz massiver und Punkt und deswegen reite ich immer wieder darauf rum, die müssen eine andere Motivation finden. Ich glaube, an der Motivation hängt sehr, sehr viel. Und das wird nicht alles sein, aber das wird ein großer Teil sein. Die müssen sehen, dass die anders in die Spiele gehen. Ey, ja, wir haben alle Optionen schon mehrfach skizziert. Das ist durchaus möglich, dass Corona auch für die eine schwierige Sache ist, dass die, wenn die ins Stadion kommen, nicht irgendwie ein gleiches Gefühl haben wie davor. Aber da müssen die sich reinversetzen, weil sie schaffen es ja doch. Und das müssen die selber hinbekommen. Das kriegen wir nicht anders hin. Wir sind ja auch nur Betrachter von außen, selbst wenn wir ein bisschen reinhören. Aber das müssen die hinbekommen. Das Potenzial, und das kann man immer noch sagen, und daran glaube ich fest, ist weiterhin da. Sie müssen nur an der Konstanz arbeiten. Und das müssen die bald tun, denn Fakt ist, sind extrem viele, sehr, sehr gute, leichte Punkte durch den Lappen gegangen. Und ich sage es nochmal, weil es genau jeden nervt, aber weil es genau die Punkte sind, die mich unfassbar in der Rückbetrachtung heute noch ärgern, die würden mich in zwei Wochen noch ärgern, dass wir gegen fucking Bielefeld keine drei Punkte geholt haben. Da kannst du noch ein paar Ausreden, hast du noch. Aber du hast keine Ausrede gegen Bremen. Das ist eine grottige Mannschaft. Bremen ist wirklich, das ist eine Bundesliga-Mannschaft, die, ich verstehe gar nicht, was die für den Fußball spielen, genauso auch Köln, was Köln für den Fußball spielt. Ich meine, Stuttgart spielt einen coolen Ball und bei denen, okay, whatever. Aber es kann doch nicht sein, dass Bremen zehn Punkte auch schon hat, obwohl die so einen graben Fußball spielen und Köln. Ja, meine Güte, das hat schon einen Grund, warum die auf Platz 16 steht. Das ist nicht böse gemeint, nichts gegen die Vereine persönlich. Aber dass du da nicht zweimal die volle Punktzahl abgeholt hast, das nervt mich. Und das bleibt auch. Und das müssen, das muss die auch nerven, weil die eigentlich besser sind. Und wenn sie selber die Ziele formulieren, wenn sie selber die Ziele formulieren, ja, also Europa Cup, das wäre schon ganz gut, wenn irgendwie ein Silber über internationale Ziele spricht, dann müssen sie das auch ummünzen. Und das, jetzt wird es immer enger, weil jetzt kommen die großen Knacker. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch das, was mich so genervt hat, weil du hast es gesagt, die haben das ja selber ein bisschen so formuliert und dann erwarte ich auch, ich meine, meine Güte, das kann auch immer mal sein, dass sie, wie du es jetzt auch nicht überdramatisieren, die anderen hat jetzt auch teilweise hätte ein bisschen mehr Glück gebraucht und dann hätte es vielleicht, weiß ich nicht, hätten wir ein, zwei von diesen Spielen gewonnen, wäre es auch positiver. Das heißt, so eine langfristige Generalkritik sollten wir uns jetzt vielleicht sparen. Trotzdem, was mich wirklich nervt, und das kann ich festhalten, zu 1000 Prozent ist, dass das die nicht zu nerven scheint, beziehungsweise merke ich davon nichts. Ich merke davon in Interviews nichts, wenn Hübner da irgendwas erzählt, du merkst davon überhaupt nichts in der Kommunikation und das irritiert mich halt. Ich will nicht, dass die Eintracht denkt, dass das in Ordnung ist, ist es nicht und die Eintracht soll sich darüber ärgern und die Eintracht soll das, was sie dann vorher formuliert, auch irgendwie dann, ja, das, ja, ich sag mal, nicht hinterfragen, aber dann zumindest sagen, okay, das war halt zu wenig für das, was wir uns vorgenommen haben. Das will ich halt einfach nur sehen, dass man, dass das Gefühl, dass Fans und Mannschaft haben das gleiche Gefühl, dass du nicht in so verschiedenen Parallelwelten lebst, du hast das Gefühl, wir würden hier nur meckern. Ich will halt auch, dass die sehen, dass das unnötig war, dass die gegen diese schlechten Vereine nicht gewonnen haben. Und das muss der Anspruch von denen sein, das sollen die gerne vorher auch formulieren und wenn es dann aber nicht klappt, gerne auch nachher, damit man ein Gefühl dafür hat, wie kann ich das bewerten, wie kann ich diese Mannschaft bewerten. Merkt ihr, wie schwer wir uns tun, wie wir hier versuchen, irgendwas zu finden. Die könnten ihren Teil dazu beitragen, indem die sich mal äußern, wie sie das empfinden. Und nicht dieses, dann weißt du nicht genau, wie die da auftreten, das Gefühl, in der ersten Halbzeit ist keiner auf dem Platz, die schreien sich auf dem Platz auch nicht an. Ich habe von keinem Spieler irgendwie ein Bild im Kopf, der irgendwie nach dem 2-0 mal, weiß ich nicht, rumschreit oder sonst irgendwas. Und selbst Kevin Trapp, von dem wir das immer erwarten, dass wir auch gesagt haben, das ist wichtig, diese Position, die er hat. Selbst der wirft dann den Ball mit so einem Geigenhumorgrinsen aus dem Tor. Und denkt, ja Leute, also so, wo du das Gefühl hast, ja Leute, was ist denn mit euch? Dann macht euch das irgendwie klar, kommuniziert das ein bisschen und zeigt es dann im nächsten Spiel auf dem Platz. So ist das echt kacke, weil, und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt in dieses Spiel reinballern will, ist das, was Marvin auch bei Fußball 2000 gesagt hat. Uns wurde ja was anderes versprochen. Uns wurde jetzt, letztes Jahr wurde die ganze Zeit gesagt, ja Leute, beruhigt euch mal, dass wir hier in Köln und in Paderborn verlieren. Das hat auch mit der Doppelbelastung zu tun. Ja gut, die ist jetzt weg. Die ist ziemlich weg. Trotzdem passiert das. Überlegt mal, diese zwei Spieler, Marvin hat vorhin gesagt, er trägt diese Spiele aus dir so noch mit rum. Wenn ich jetzt Bock habe, kann ich mich auch komplett in die Wut reinarbeiten, die ich letztes Jahr hatte, als die Eintracht in Paderborn und gegen Köln verloren hat. Das ist Wahnsinn. Und das sind diese Spiele, die sind so unglaublich unnötig. Und jetzt hast du es schon wieder. Und das muss irgendwie raus. Und das müssen die auch wissen und müssen sich da nicht verteidigen, sondern müssen das selber wollen. Es tut mir leid. Word. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben das alle umfassend so weitestgehend wie möglich versucht zu umschreiben. Das Problem liegt innerhalb dieses Konstruktors selbst. Und das müssen die jetzt rausfinden, weil das Potenzial ist da. Aber ich brauche es auch nicht noch zehnmal sagen, das Potenzial da ist. Weil irgendwann bringt es ja nichts, wenn ich die ganze Zeit sage, ich habe so ein geiles fürs Pückle-Eis im Regal. Das ist so lecker. Und dann sage ich die ganze Zeit und dann sind keine Gäste mehr da, um zu essen. Und dann vergesse ich es und dann brennt mir die Hütte ab. Ja, dann ist es scheißegal. Da war die ganze Zeit das geile fürs Pückle-Eis. Aber es hat niemand gegessen. Ja, und dann hat es uns alle nicht geholfen. Also insofern, die müssen sehen, dass sie es fürs Pückle-Eis endlich mal rausholen und verspeisen, bevor die Hütte abrettet. Wie kann man bitte fürs Pückle-Eis vergessen? So, musst du dir jetzt überlegen. Wird mir nicht passieren. Nicht in der naher Zukunft. Für das Pückle-Eis. Ja. Sehr gut. Haben wir was für einen Sendungstitel? Das Pückle-Eis, Alter. Das ist ja wahnsinnig gut. Köstlich. Ja. Aber auch ein bisschen fad. Es ist irgendwie lecker, aber eigentlich jetzt auch nicht so das absolute Highlight, ne? Das ist doch einfach Schokolade, Erdbeer und Vanille, oder nicht? Das ist korrekt. Ja, aber mit so einer Waffel. Mein liebliches Eis von meinem Vater. Von der Waffel? Ich habe einfach gedacht, das wären nur diese Dreier. Hätte ich jetzt auch gesagt. Es gibt das ja auch einfach so im Bottich. Ja, oder so. Bottich, Alter. Hier, Alter, ich ziehe gleich meinen Anorak an und dann machen wir hier mal in den 90er-Jahren. Ja. Habt ihr das früher nicht gemacht, dass ihr euch dann irgendwie, weiß ich nicht, beim hier Discounter so ein 500 Milliliter fürs Pückle-Eis mit drei Leuten geholt habt und das weggelöffelt habt? Mein Opa hat das gerne gemacht, ja. Ich weiß nicht, wo wir jetzt... In meiner Generation hat man das auch gemacht. Ich weiß gerade, so hört sich das gerade an. René zieht seinen Anorak an, da holt er sich einen Bottich fürs Pückle-Eis und dann versteht es. Ja. Ich weiß nicht, welche Ausfahrt wir hier gerade genommen haben, aber die fällt mir auch besser als das Spiel. Ich kann nichts dafür, Marvin hat uns in diese Richtung gebracht. Ja, dann nehmen wir jetzt mal wieder die Ausfahrt nach Werdow Town und gehen mal wieder zurück zum Fußball. Dann gehen wir zurück zum Fußball. Der Fußball findet aber ja jetzt in den nächsten 14 Tagen nicht in Frankfurt statt, sondern auf internationaler Bühne. Genau, Basti hat schon die richtige Tonlage dafür gefunden. Es ist Länderspielpause, meine Damen und meine Herren. Freuen wir uns auf eine Länderspielpause. Ja oder ja? Also ich hau mir jetzt... Darauf hau ich mir noch ein Pückle-Eis rein. Alter, da freu ich mich aber im ganzen Eimer rein. Ja, der liebe Jogi und seine Jungs haben auch schon ihre Anoraks in der Hand und stehen quasi am unten vorm Haus und warten drauf, dass der Bus vorgefahren wird. Also ganz ehrlich, in der aktuellen Situation und dann auch noch irgendwie teilweise hier irgendwie Testspiele, die in was weiß ich nicht wo irgendwie stattfinden, ich finde es maximal unnötig. Das ist halt eine Aussage, ich glaube nicht, dass einer von uns da widersprechen kann. Also Hot Take, René, heute wieder in Fahrt. Ich bin heute wieder in Fahrt, genau. Und was mich halt noch mehr erschreckt, ist wenn ich dann halt sehe, wer alles jetzt irgendwie zu Länderspielen aufbricht. Da sind so ein paar offensichtliche Kandidaten dabei wie Hinti und Ilsanca und Zuber und So und Barkok und Trapp. Und Kamada auch noch und dann steht da der Name Kostic. Das ist eine Frechheit. Der nach Belgrad fährt, um da irgendwie ein Qualifikationsspiel und Freundschaftsspiele zu machen, wo wir gerade froh sind, dass der irgendwie aus der Verletzungspause zurückkommt, am Wochenende gegen Stuttgart hier seine 8-9 Minuten Einsatz bekommen hat und du denkst so, jawohl, jetzt geht's los und dann jetzt irgendwie Länderspiel und A, Verletzungsrisiko, weiß ich nicht wie hoch und B, kommen die am 17., 18. September zurück und dann musst du am 21. September, November mal nicht natürlich, kommen die zurück und dann musst du am 21. November da gegen Leipzig spielen, ohne dass von denen gerade Kostic mal irgendwie so richtig intensiv am Mannschaftstraining irgendwie teilgenommen hat. Also da schwillt mir die Krawatte, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich verstehe auch nicht, warum die Eintracht da nicht irgendwie mal so ein, ja keine Ahnung, also diese berühmte Schweinsteigerzerrung mal irgendwie angebracht hat. Ja, weil wir dafür dann halt auch wieder zu lieb und zu ehrlich sind. Weiß ich nicht, also das hätte ich mit dem Spieler probiert abzusprechen und zu sagen, hier Digga, du bist doch alles andere als fit. Sag, du brauchst es doch. Also der ist ja auch nicht fit, was wollen die mit dem jetzt? Also was soll das? Also das verstehe ich wirklich nicht, dass man da nicht irgendwie eine Kommunikation findet, zu denken, ey, der ist halt noch nicht fit. Der kann ja dann, wenn er voll im Saft ist, meine Güte, der muss so als Zylinder spielen, aber doch jetzt nicht. Also ich war echt sprachlos, als ich das gelesen habe, dass das überhaupt in Betracht gezogen wird und jetzt auch noch wahrscheinlich so passiert. Was soll das denn? Also da muss ich sagen, boah, hätte ich mir erhofft, dass man da irgendeine Lösung findet, dass das eben nicht der Fall ist, weil der hätte es sehr gut gebrauchen können und alles, was wir die ganze Zeit gesagt haben, wir haben gehofft, oh geil, und dann wird er wieder eingewechselt und bla. Und der kann jetzt irgendwie da zwei Wochen Zeit, um wieder Wettkampfpraxis zu bekommen, weil er für unser Spiel auch echt wichtig ist, weil er einer der wenigen ist, der schnell ist, dass der da jetzt hinfährt und überlegt euch, was passiert ist. Was ist, wenn der sich jetzt da nochmal verletzt? und dann noch für diese unnötigen Länderspiele, das wäre schon so ein Ding, wo man sagen würde, vielen Dank auch, das hat 2020 noch gefehlt. Ja, also ich meine, das ist genau der Punkt und abgesehen davon, also Länderspiele zu der Zeit ist momentan halt ein absolutes Unding, dass du überhaupt Länderspiele machst. Also erstmal ist es so, wir sehen ja zunehmend, dass sich Leute bei Länderspielen auch infizieren, also mit Covid und mit Corona und dann gibt es natürlich auch immer die mysteriösen Einzeltestungen. Oh nee, das ist einfach, der ist so komplett isoliert von der Mannschaft, das ist der Einzige, der hier Corona hat. Also sonst passiert da ja nichts, das ist alles ganz cool. Ja, aber ist es tatsächlich so, dass du dann auch natürlich ein Risiko hast, dass Leute dementsprechend zu Auswahlzeiten gelangen. Was soll das denn? Wozu muss denn Daichi Kamada gerade jetzt, keine Ahnung, für die japanische Nationalmannschaft unterwegs sein? Das habe ich halt auch nicht bestanden, weil gerade auch bei Kamada es sind, also bei manchen verstehe ich es ja noch so ein bisschen zu sagen, das ist jetzt irgendwie gerade kostet, das eine ist ein EEM-Qualifikationsspiel, wo du vielleicht noch sagen kannst, okay, kann ich noch so mit so ein bisschen Akzeptanz, kann ich da noch irgendwie rangehen. Aber Kamada, der für die Nationalmannschaft gegen Panama, also die Spiele gegen Panama und gegen Mexiko und das sind beides Freundschaftsspiele. Gut, die sind jetzt in Graz, das heißt, der muss jetzt noch nicht mal irgendwie um die halbe Welt fliegen, da kannst du noch irgendwie sagen Reiseaufwand, aber trotzdem, es sind halt, wie Basti schon sagt, es sind Spiele ohne jeglichen Wert und dafür einfach das Risiko da einzugehen, verstehe ich halt gerade nicht. Ich verstehe es auch wirklich nicht, also ich verstehe es auch wirklich nicht, ich verstehe es auch nicht, selbst wenn ich jetzt irgendwie all meine Abneigung gegen diese Länderspielpausen überhaupt rausrechnen würde, in der aktuellen Situation muss man wirklich, da muss der größte Länderspielfreund auch mal sagen, hier Leute, lass uns das ausfallen lassen. Also Freundschaftsspiel ist glaube ich das allerletzte, was wir jetzt brauchen, wirklich nicht. Also da gibt es keinen Grund, da müssen diejenigen, die das auch immer verteidigen. Auch diese Nations League Spiele, die verstehe ich halt auch nicht, also ich verstehe dieses Konstrukt Nations League halt so oder so schon nicht und da kann ich halt auch irgendwie null Verständnis für aufbringen, weil es halt auch so ein komplett unnötig, komisch konstruiertes was weiß ich was ist. Ja, über das Konstrukt haben wir ja schon gesprochen, aber ich habe einen Überblick verloren. Partizia, weißt du, wie viele Länder, wie viele Freundschaftsspiele gibt es jetzt? Sind ja auch, sind mehr als eins, oder? Ich glaube. Ich habe keine Ahnung, ich glaube es sind mindestens zwei oder so überall, oder? Also Hinteräcker, Ilsancker, Freundschaftsspiel gegen Luxemburg und dann Nations League Spiele gegen Nordirland und Norwegen. So und Zuber, Freundschaftsspiel gegen Belgien, dann Nations League Spiel gegen Spanien und die Ukraine. Dann Trapp mit Deutschland, Freundschaftsspiel gegen Tschechien, Nations League Spiel gegen die Ukraine und Spanien, obviously. Kostic, EM-Qualifikationsspiel gegen Schottland, Nations League Spiel gegen Ungarn und Nations League Spiel gegen Russland. Barkok mit Marokko, Afrika Cup-Qualifikationsspiel gegen die Zentralafrikanische Republik zweimal. Kamada hatten wir schon gesagt, Freundschaftsspiele gegen Panama und Mexiko und Schubert mit der U21, Freundschaftsspiel gegen Slowenien und EM-Euro-Qualifikationsspiel gegen Wales. Geiler Service, danke dir. Vielen Dank, René, das hat mir jetzt sehr viel Das habe ich auf der Seite der Eintracht abgelesen, da ist das alles schön aufgelistet. Ich verlinke euch das mal, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Ja, dann kannst du mir das ausdrucken und per Post nochmal schicken. Ich kann dir, warte mal, ich mache dir einen Screenshot, dann schicke ich dir den, dann weißt du, was du da gucken musst. Auf jeden Fall. Aber Patrice, was machen wir denn in der Freizeit? Weil ich glaube, keiner von uns guckt das Spiel. Haben wir denn ein gutes Alternativprogramm? Ich habe keine Ahnung, vielleicht kommt später irgendwas an den Empfehlungen oder so. Es ist halt auch, ich will das auch nicht sehen, wenn ich ehrlich bin, weil es mich halt sauer macht, weil ich dann halt ständig dran denke, ja, muss das gerade sein? Und was bedeutet das jetzt auch für die Ligen der einzelnen Spieler? Und keine Ahnung, man drückt ja so oder so schon die Bundesliga gerade so durch. Keine Ahnung, ich will es auch nicht wieder von vorne aufrollen, aber auch jetzt, ich habe jetzt auch gelesen, zum Beispiel Rönno ist jetzt schon in Quarantäne, weil bei der dänischen Nationalmannschaft da irgendwie ein Fall aufgetreten sein soll. Das zieht sich ja dann so durch, selbst wenn sich der Spieler nicht infiziert, ist er erstmal in Quarantäne, dann kann er nicht trainieren, also zumindest nicht mit einer Mannschaft am Ball. mit der Eltern, ja. Genau, kann sich halt fit halten, ist es ja dann eher als trainieren. Und das wirft halt Spieler einfach zurück und dann kommen sie halt, ja, wie schon gesagt, drei Tage vorm Bundesligaspiel zurück in ihre Mannschaften, werden dann nochmal getestet und irgendwie, keine Ahnung, ein Tag vorm Spiel heißt, ja, und zwei sind irgendwie auch übrigens noch positiv. Surprise, surprise, so, geil. Also, ja, es ist halt für mich absolut nicht nachvollziehbar gerade, aber, ja. Aber ich sag das, genau diese relevante Problematik, die du beschrieben hast, genau das ist halt die Schwierigkeit, wenn das dann passiert und stell dir mal vor, die Dänen holen wegen ihrer Nationalmannschaft oder ihrer Länderspiele, holen sie hier den Nerz-Corona hier nach Deutschland, ja, dann ist aber die Hölle los. Das fehlt uns noch jetzt, noch sowas. Nerz-Corona, ey. Es geht jetzt noch weiter. Ja, leider Mutation, leider hat es nicht funktioniert. Wir haben zwar jetzt einen Impfstoff, aber der wirkt nicht mehr gegen das Nerz-Corona. Genau, jetzt kommt es zu Neue. Wisst ihr noch, damals als immer bestimmte Tiere das Problem waren, zum Beispiel der Wolf, also Basti wird sich erinnern, ich wünschte, das wären jetzt gerade unsere Probleme. Wenn es einfach nur der Nerz wäre und nicht Nerz-Corona. Oder E-Scooter. Der Nerz. E-Scooter. Die guten alten E-Scooter-Probleme, was ist eigentlich aus denen geworden? Ich habe immer noch ein Dauer-Abo, also bei mir läuft es. E-Scooter läuft auf jeden Fall, aber ich bin Teil des Problems. Ich kriege immer nur so Erinnerungsnachrichten, so kommen Sie zurück, Sie haben jetzt schon seit Ewigkeiten, sind Sie nicht mehr gefahren, hier Ihr 2-Euro-Gutschein. Ich sage ja, wie es ist, ich glaube, hier existiert nur noch wegen mir, weil ich fahre bestimmt am Tag zwei, drei Mal. Also das muss ich sagen, das ist immer noch ein sehr wunderbares Fortbewegung. Ich habe halt auch diese 5 Euro im Monat, wo ich dann nicht mehr diese 1 Euro Aktivierungsgebühr pro Fahrt zahlen muss. Deswegen, also für mich ist es hier ein Traum. Du bist halt auch so ein Tier, Marvin. Der lag da offen auf der Straße neben dem E-Scooter rum, den musste ich mitnehmen. René Hofmeister. Aber es ist halt echt so, Patricia sagt ja, ich hätte so gerne wieder die Probleme, wie der Wolf kommt in die Stadt oder irgend so was. Ja. Oder die Wildschweine sind da. Mit dem würde ich gerne mal kurz sprechen mit diesen Wolfsgegnern, Alter. Und? Du kannst mal mit dem Wolf sprechen. Was meinst du, wie der sich jetzt fühlt, nachdem der so wenig Aufmerksamkeit momentan kriegt? Ich glaube, dem Wolf geht es aktuell gut. Hast du nicht mal Shirts gemacht? Ja, ich habe Shirts gemacht. Ja, siehst du, Corona hat mir mein Wolfsschert-Business kaputt gemacht. Aber ich muss auch sagen, man kommt auch sehr, sehr schwer in diese Anti-Wolf-Facebook-Gruppen rein. Also da musst du wirklich so fünf Fragen beantworten und so Kram. Das war mir dann meistens zu ansprichend. Wie geil. Also die Wolfsgegner sind sehr eingeschworen. Quasi so ein Aufnahmetest, ob du wirklich einer von ihnen bist und nicht irgendwie so ein verkappter Tierschützer, der sie da unterwandern will quasi. Genau, da sind die schon sehr, sehr hinterher, dass das nicht passiert. Krass. Habe ich noch nie versucht. Werde ich jetzt auch nicht, weil wahrscheinlich ich bei den Fragen scheitere. Habe ich mir das schon mal gespart. Vielen Dank dafür. Ja. Mann! Länderspielpause. Kein Alternativprogramm, kein Fußball, außer jeden Tag kräftig Daumen drücken, dass sich irgendwie keiner von denen irgendwie verletzt, ansteckt, in Quarantäne muss, sonst irgendwas. Geile Aussichten. Ja. Wahnsinn. Zwei Wochen. Und auch noch Lockdown Lite dabei. Also ich weiß nicht, was gerade noch besser sein könnte, muss ich sagen. Das war traumhaft. Und eine Playstation 5 bekommen wir auch nicht. Playstation 5 ist auch noch, also das dauert dann auch noch. Ja. Wie gesagt. Das wären die schönsten zwei Wochen unseres Lebens, Freunde. Ich habe es letztens schon in die Gruppe gesagt. Ich würde am liebsten, also wenn es eine Maßnahmenverlängerung gibt, dann nur mit Playstation 5 prämiere. Sonst lasse ich nicht mit mir handeln. So für jeden einfach so eine kostenfreie Playstation. Ja. Das ist ein Geben und Nehmen. Die nehmen uns Lebensqualität. Also müssen sie uns was anderes dafür geben. Ich könnte da mitnehmen. Also ich wäre da, glaube ich, ein Stück weit mit einverstanden. Ich weiß nicht, ob der Rest der Familie da so mitgeht, aber okay. Ist halt dann deren Problem, nicht meins. Ja. Gut. Also aus der Nummer kommen wir auch nicht raus. Ich sehe schon, das ist hier heute eine Sendung, die hat sehr viele positive Dinge. Großartig. Schauen wir doch mal, ob wir vielleicht mit dem nächsten Thema, nämlich mit der Hörerfrage, die wir auf Twitter geschickt bekommen haben, von dem Hörer an die Mütze. Und zwar schreibt er uns Folgendes. Mich würde eure Perspektive aus SGE-Sicht sehr interessieren zum Themenkomplex Zukunft Profifußball. Insbesondere den Take, dass sich unser Vorstand auf die Seite der Spitzenklubs schlägt. Vielleicht könnt ihr das Thema demnächst einmal besprechen. Und er hat uns einen Link geschickt zu einem Beitrag bei der Sportschau. Einem geschriebenen Beitrag. Und da geht es um ein, da wird, getitelt Geheimtreffen. Ich glaube, in dem Moment, wo es in irgendeinem Medium über einen längeren Beitrag diskutiert wird, weiß ich nicht, ob das Treffen dann noch so geheim ist an dieser Stelle. Geht aber in erster Linie um ein Zusammentreffen von 14 Bundes- und Zweitligisten. Initiiert durch Kalle Rummenigge. ohne DFL, ohne DFL, ohne DFB vor Ort in Frankfurt am Flughafen und geht hauptsächlich einmal um das Thema Nachfolge vom DFL-Chef Seifert im Juni 2022. Stärkung DFB-Präsident Fritz Keller. Dann auch um das Thema, welche Maßnahmen man jetzt gemeinsam in dieser Corona-Krise noch machen kann. Und der letzte Punkt, wie man mit dem Thema umgeht, dass ja ab der Saison 2021-2022 es einen geringfügig geringer ausfallenden Fernsehvertrag gibt. Und es gibt ja verschiedene Bestrebungen, diese TV-Gelder anders da zu verteilen, weil man dann doch vielleicht mal gesagt hat, es ist ein bisschen ungleich verteilt, dass es da oben welche gibt, die irgendwie ganz viel kriegen. Unten noch Champions League und unten welche, die irgendwie sehr wenig davon partizipieren. Und das Spannende ist, dass ausgerechnet die Vereine, die dieses, wie soll man das nennen, dieses Ideenpapier mal ausgearbeitet und unterschrieben haben und der DFL für ihre Dezember-Sitzung mal so zur Diskussion gegeben haben, nämlich Mainz, Stuttgart, Bielefeld und ich glaube Augsburg war es noch. Mainz, Stuttgart, Bielefeld, Augsburg, genau. Dass ausgerechnet die zu diesem Treffen nicht eingeladen waren. Ja. Das ist so das, was da im Großen und Ganzen drinsteht. Ich weiß nicht, habt ihr euch mit dem Thema schon beschäftigt? Ja. Also ich habe ein bisschen gewundert, dass Stuttgart nicht dabei ist. Und die anderen Vereine, muss ich sagen, ja meine Güte, ist vielleicht nicht die feine englische Ars, aber die sind glaube ich, ja keine Ahnung, da setze ich mich jetzt in irgendein Nest, aber ich weiß nicht, ob die so wichtig sind. Ja. Stuttgart ist zumindest laut dem Artikel nicht dabei, weil sie ja gemeinsam mit Mainz, Bielefeld und Regensburg diese Idee, diese Anlassverteilung der Fernsehgelder ausgearbeitet haben. So wird es zumindest in dem Beitrag beschrieben. Ja, ich glaube, ja, das ist jetzt schwierig, weil das ist auch wieder so ein Ding, wo ich leider jeden enttäuschen muss, der hier eine klare Meinung haben will. Weil man kann glaube ich die Eintracht dafür kritisieren, dass sie sich da den Spitzenclubs anschließt, aber man kann es aber auch andererseits verstehen, weil die glaube ich trotzdem einfach in die Gespräche rein wollen. Das kannst du vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, wie wenn die Grünen mitregieren, so von wegen, ja gut, bevor wir vielleicht gar nichts machen, gucken wir, dass wir wenigstens Teile durchsetzen können, bevor gar nichts geht, werden dann aber auch oft kritisiert, weil die halt nicht alles durchsetzen können. Ich glaube, ich tendiere eher dazu, dass ich gut finde, dass die Eintracht da zumindest mit verhandelt oder sich mit irgendwas ausdenkt, weil es muss auf jeden Fall was passieren. Und ich glaube auch, dass du zum Beispiel mit Bayern München leichter verhandeln kannst, als man denkt, weil die glaube ich von diesen Fernsehgeldern, meine Güte, das ist nicht mehr das, worauf die angewiesen sind, sondern die brauchen Champions League Geld, da wird es immer mehr Cash geben, bla bla. Und dann musst du halt gucken, wie du das machst. Und ich hoffe ehrlich gesagt, das ist jetzt nur meine Hoffnung, dass die Eintracht ein bisschen da auch Druck macht, zu sagen, okay, wir müssen bei den Fernsehgeldern auf jeden Fall einen Faktor reinbekommen, der berücksichtigt, wer überhaupt dafür sorgt, dass Leute sich Abos kaufen oder die Sachen schauen. Weil das ist mir schon seit Jahren ein Dorn im Auge, dass Hoffenheim und Wolfsburg einfach Fernsehgelder kriegen, obwohl die faktisch kein Fernsehgeld verdient haben, weil es halt keiner schaut. So, das ist so, da muss, das ist halt, also es tut mir leid, also es tut mir leid, dass Hoffenheim und Wolfsburg überhaupt irgendwas aus diesem Fernsehgeld-Pott kriegen, ist halt eine Frecher theoretisch gesehen. Ja klar, ich meine, da hast du natürlich schon recht, also es ist halt jetzt auch nicht fairer, irgendwie zu sagen, dass du irgendwie die Verteilung änderst, irgendwie anhand nur der reinen Platzierung in der Tabelle, weil es ja trotzdem nicht heißen muss, dass der Verein, der jetzt irgendwie in den Top 5 ist, auch dafür gesorgt hat, dass irgendwie unwahrscheinlich viel Bass bei Bundesliga-Übertragungen stattfindet, das stimmt schon, ja. Ja, aber ansonsten, keine Ahnung, du hast es schon gesagt, das ist ein Geheimtreffen, wir werden nicht alles wissen, was da besprochen wird, ich bin gespannt, ich befürchte, dass am Ende halt wieder so ein fauler Kompromiss rauskommt, also für mich wirkt das wie eine Tarifverhandlung, dann machst du da ewig rum und am Ende gibt es 2,4% mehr im Lohn, ja, keine Ahnung. So in der Richtung wird es wahrscheinlich gehen, ja. Ich muss glaube ich auch sagen, das ist viel Aufwand, den du betreibst, auch als Eintracht Frankfurt und auch als die anderen Vereine, die sich da was Neues ausdenken, da musst du diskutieren, da muss abgestimmt werden, das wird das Problem aber nicht lösen, weil ich glaube, das Problem sind nicht die nationalen Fernsehgelder, sondern die, die international reinkommen, die sorgen dafür, dass Vereine einfach nicht mehr einzuholen sind, wenn die, wenn du im internationalen Wettbewerb, beziehungsweise eigentlich nur in der Champions League, so viel Cash kriegst, dass diejenigen, die da national dabei sind, die halt schon einfach meilenweit unterlegen sind. Das heißt, du verhandelst hier quasi, ob die Eintracht vielleicht mal 3 oder 4 Millionen Euro mehr kriegt, was cool ist, klar, aber es wird langfristig, glaube ich, diese Ungleichheit in der Bundesliga nicht lösen. Da müsste man eigentlich ansetzen. Deswegen habe ich da gar keine großen Emotionen, was dieses Thema betrifft. Ja, vor allem, wenn sie über die Zukunft des Profifußballs beraten, also das wird ja so wirklich so groß dargestellt, dann ist es halt auch, also da musst du auch größer ansetzen als bei diesen, ja, sagen wir mal Kleinigkeiten wie nationalen TV-Geldern. Du siehst ja schon den Unterschied zwischen Euroleague-Geldern und Champions League-Geldern. Das ist ja, da ist ja auch schon eine Welt dazwischen. Und dann gibt es ja nochmal die, die nicht mal die Euroleague spielen. Es ist halt, also du kriegst, die Lücken ja kaum noch zu, wenn sich da nicht grundlegend irgendwas ändert. Und keine Ahnung, wie sich das ändern soll. Ich bin da ja sehr pessimistisch, was das angeht, aber ja, mal sehen. Ja, sehe ich ähnlich. Ich war mir gerade eben nochmal unsicher. Ich habe das gerade eben nochmal nachgeguckt. Wisst ihr, was das Startgeld ist, was du für die Champions League bei der Champions League bekommst, wenn du nur in die Gruppenphase kommst? Nur nicht weiter, sondern nur, wenn du antrittst in der Gruppenphase, was deine Startprämie ist, die du bekommst. Wisst ihr nicht? Gut. Das war eine Frage. Das war eine Frage, deswegen war da eine Frage. Du erzählst uns das jetzt. Jetzt habe ich nicht rausgehört, das Fragezeichen. Die Startprämie für die Champions League? Ja. 25 Millionen Euro. Das ist ein bisschen hoch. Das sind 15,25. Aber allein das kriegst du nur, wenn du in die Gruppenphase kommst. Ich glaube, so viel wirst du über die TV-Gelder nie im Leben reinkriegen. Ja, doch, klar kriegst du so viel rein, aber das ist halt dann, ich meine, die Differenz kannst du halt nicht mehr ausgleichen. das meine ich ja. Bayern holt sich 100 Millionen Euro aus so einer Champions League-Saison eventuell. So, was soll ich da jetzt machen? Da bringt es mir auch nichts, wenn die Bayern jetzt gütig sind und sagen, wir verteilen das ein bisschen gerechter. Und du kriegst dann halt mal, weiß ich nicht, 2,5 Millionen Euro mehr von diesem Geld. Ja, vielen Dank. Klar, ich will es auch gar nicht kleiner reden, als es ist. Ich wollte es nur in den Gesamtkontext setzen. Was du überhaupt für einen Aufwand betreiben musst, dass sich da was tut und was der Ertrag dann sein könnte, das meinte ich nur. Das ist, glaube ich, das, was ich aussagen wollte. Was ist ja eben gesagt, Tablets League, das Startgeld ist ja nicht mehr als großartig. Du kriegst dann Punkt Prämie, das Zuschauerinnahmen, bla, also. Ja, zusätzlich Merchandise, was du irgendwie Verkaufs und sonst was. Nur mal ganz kurz, ich wollte, natürlich können wir jetzt noch weiter über die Champions League sprechen, aber wenn wir noch mal ganz kurz zu diesem Zusammentreffen, was ja auch die Userfrage war, wie da auch zurückkommen. Finde ich es interessant, dass es dieses Treffen gibt. Die Tatsache, die ich, glaube ich, immer noch sehe, deswegen bin ich trotzdem verwundert, dass nur ein Teil der Bundesligisten oder ein Teil der G15, wenn man sie so nennen will, was ich auch ein bisschen plakativ finde, dass die jetzt da zusammenkommen. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass sie auch das Nähere zumindest indirekt ansprechen werden und ich gehe weiterhin davon aus, dass auch die sehr darauf drängen werden, in dieser, in der ganzen Corona-Sache da nochmal ein bisschen vielleicht geeinte, ihre Stimme irgendwie zu hören. Das kannst du ja gerade, oder hören zu lassen, das kannst du ja gerade auch wahrscheinlich gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch nicht regeln, aber ich glaube, dass die dementsprechend auch durchaus ein Interesse darin haben, mit einer Stimme dann zu sprechen, wenn die Zahlen wieder sinken, weil du merkst ja, du merkst ja den Drang für viele Bundesligisten, baldmöglich doch wieder zu starten, insofern, dass du Fans irgendwann wieder reinlässt. Wie gesagt, momentan ist das mit dem kleinen Kopf nicht so einfach durchzusetzen, aber ich gehe schon davon aus, dass die auch da das eine oder andere mal darüber sprechen werden, denn wenn wir hören, was auf Schalke los ist, was bei einigen anderen Vereinen auch finanzieller Situationen los ist, ich gehe davon aus, dass das geheime, brisante Treffen nicht nur die Zukunft der Bundesliga oder betreffen wird, nicht nur die TV-Verteilung, sondern tatsächlich auch diese Thematik abbilden wird. Ja, das, was man auch in dem Beitrag beschreibt, und ich glaube tatsächlich auch, dass das so der drängendste Punkt ist, sich zu überlegen, was haben wir an Möglichkeiten, wie können wir auf diese Situation und auf eventuelle Vorgaben reagieren, um den Einnahmenausfall, der ja unzweifelhaft da existiert, dem so ein bisschen entgegenzuwirken und allein deswegen auch auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie wir das aus Eintracht-Sicht sehen, allein deswegen schon musst du eigentlich an, wenn du die Möglichkeit hast, an dieser Diskussion teilzunehmen, das dann halt auch wahrnehmen, weil du da ja auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen Eintracht Frankfurt auch hast, auch da alle Möglichkeiten irgendwie wahrzunehmen, um da auch irgendwie von zu profitieren. Ja, wie gesagt, also ich finde, das passt ja jetzt sehr gut beschrieben, ich finde es kein Problem, dass die Eintracht daran teilnimmt. Die müssen auch sehen, dass die sich dementsprechend so positionieren, damit es für die irgendwie auch ligaintern irgendwie so ist, dass sie möglichst profitieren, so ist es halt. Und der Eintracht ist trotzdem nur ein Verein, der wird weiterhin relativ viele Fans haben, selbst nach der Corona-Pandemie. Da sieht es bei anderen Vereinen halt aber auch ganz relevant anders aus. Also ich meine, ja, Mainz ist jetzt nicht dabei, aber die haben halt auch ganz andere Sorgen. Ich bin froh, dass die Eintracht nicht eine Sorgenidentität hat mit Mainz. Ja, das stimmt. Das ist echt so. Ja, gut. Ich glaube, damit ist dann auch, soweit wir es beantworten konnten, die Hörerfrage beantwortet. Falls ihr trotzdem noch weitere Fragen habt oder zu diesem Themenkomplex noch weitere Beiträge findet mit Punkten, die wir jetzt hier noch nicht beurteilt oder noch nicht besprochen haben, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns die zuschickt per Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail, whatever. Ihr findet alle unsere Kontaktmöglichkeiten auf diesem Webseiten-Dings. Ja, gut. Und da würde ich sagen, gehen wir schon zu den Empfehlungen und biegen auf die Zielgerade ein, weil so wahnsinnig viel gibt es ja diese Woche nicht zu besprechen, weil wir ja schon festgestellt haben, kommende Spiele der Eintracht gibt es keine. Von daher können wir euch jetzt hier keinen Ausblick liefern, aber vielleicht können wir euch ein bisschen Alternativprogramm in Form von Empfehlungen für diese Blenderspielpausenzeit geben. Ich suche jetzt hier gerade nochmal den Empfehlungs-Jingle, der ist hier und los. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Patricia. Und Patricia, genau. So, auch hier haben wir was von Hörern geschickt bekommen. Der Edjan Hommel auf Twitter hat uns zwei Sachen geschickt. Einmal die Crowdreporter suchen Unterstützung. Ich weiß nicht, ob ihr mit Crowdreporter was anfangen könnt oder noch was anfangen könnt. Das ist ja, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her, dass dieses Projekt gestartet ist. Das ist ein unabhängiges Journalisten-Medium. Ja, vor, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahren gestartet, glaube ich sogar schon. Das ist schon ein bisschen länger her. Damals auch aus so einer Crowdfunding-Kampagne heraus geht, quasi ja um freien Journalismus. Und da gibt es jetzt ein neues Mitglieder- oder Botschafterprogramm eben zur Finanzierung. Also wer Interesse hat an unabhängigem Journalismus, für den ist, glaube ich, die Crowdreporter eine ganz gute Anlaufstelle. Und da gibt es eben jetzt nochmal weitere Möglichkeiten der Unterstützung. Marvin, du hattest, glaube ich, auch mal irgendwie die unterstützt und da Artikel von denen immer mal wieder hier mitempfohlen, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall, regelmäßig. Einer meiner liebsten Journalisten ist Christian Gesellmann, der unter anderem für die Crowdreporter schreibt, ein extrem guter Journalist, der ohne viel Pathos Sachverhalte beschreibt. Er kommt ursprünglich aus dem Osten, wohnt auch dort und berichtet halt viel näher und auch über Emotionalität im Osten. Und das finde ich ganz interessant, weil wenn man nicht ganz so viele Bewandtnisse damit hat, ist es umso interessanter dann auch zu sehen, wie die andere Seite, sage ich mal, das sieht. Weil wir andere Leute das sehen, wenn du halt noch nicht so viel Verbund damit hast. Also es sind sehr, sehr umsichtige Reporter und Crowdreporter kann ich definitiv nur empfehlen. Deswegen ist Support da sehr, sehr angebracht. Guter Vorschlag von Jan. Genau, das war der eine Teil seiner Empfehlung und der andere Teil ist eine App, die heißt Feed a Dog. Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass wir die schon mal in der Sendung hatten, ist eine kleine App, mit der man mit so einer 1-Euro-Spende oder halt eben auch mehr dafür sorgen kann, dass Hunde in Tierheimen eine Futterspende quasi bekommen und man kann sehr gezielt auswählen, was und wohin. Und es wird, so wird es zumindest beschrieben, auch gesagt, dass sichergestellt ist, dass dann auch tatsächlich diese Futterspenden da irgendwie ankommen, wo man das auch angegeben hat und nicht irgendwo in so einem Riesen-Konglomerat der ganze Bums da irgendwie untergeht. Ich meine, es gibt auch eine Katzenvariante dazu, aber wer mag schon Katzen? Von daher, ja. Echt? Ja, ich weiß. Wollte gerade sagen, all animals are beautiful. Also von mir aus können wir auch den, was weiß ich. Den Schwarzhalztaucher. Genau, Schwarzhalztaucher. Das geht jetzt gerade in eine ganz andere Richtung. Ich weiß, wo du damit hin willst, Basti. Aber auch Schafe sind cool. Also insofern gibt es viele coole Tiere. Schafe sind mega. Ja, also Kühe sind auch cool. Also insofern, all animals are beautiful. Das sind wohl auch Katzen. Ja, um die Brücke würde ich jetzt nicht gehen, aber es führt zu weit. Ich glaube schon, du hast doch eine Katzen-Aversion. Ich habe keine Katzen-Aversion. Ich habe eine Allergie gegen Katzen. Also gegen die meisten. Dafür kann die Katze doch nichts. Ja, aber ich doch auch nicht. Die soll halt einfach von mir fortbleiben. Wie stehst du zu Katzen? Wie stehst du zu Katzen? Ich mag Katzen. Also ich hätte lieber einen Hund, ganz ehrlich. Aber ich mag Katzen sehr, sehr gerne tatsächlich. Ich hatte als Kind eine Katzenhaar-Allergie. Aber irgendwie meinte mein Kinderarzt dann, das kann sein, dass es weggeht und es ist tatsächlich weggegangen. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, weil ich dann in meinem Leben mit einigen Katzen kuscheln konnte. Und das hat mein Leben sehr bereichert, tatsächlich. So, also wir sehen hier, all animals are beautiful. Also kann man auf jeden Fall auch mit Katzen gut kuscheln. Sehr schön. Schön, dass wir dieses Statement pro Katz hier nochmal gesammelt haben. Gut. Dann haben wir jetzt noch ein weiteres Statement oder eine weitere Empfehlung vom Andreas. Und das ist auch ein mittlerweile gern gesehenes, ein gern gesehener Gast zumindest mit seiner Empfehlung. Er erinnert uns nämlich wieder an das Projekt 200 Plus. Das haben wir in den letzten Jahren hier auch schon regelmäßig erwähnt. Geht nämlich um das Sammeln von Weihnachtspäckchen von Kindern in Not. Da gibt es ja verschiedene Anlaufstellen, wo ihr diese Päckchen dann abgeben könnt. Also geht um kleine Geschenke bis maximal irgendwie 10 Euro, die ihr dann dort verpacken könnt. und abgeben könnt, geht eben darum, dass Kinder an verschiedenen Stellen, die keine Weihnachtsgeschenke bekommen, damit dann zumindest so ein bisschen die Möglichkeit haben, an so einer Weihnachtsexperience teilzunehmen. Ich verlinke euch die Webseite, da ist das alles nochmal beschrieben und auch die Stellen, wo ihr die abgeben könnt. Und ich finde das generell schon eine gute Aktion. Und ich glaube, in dem Jahr, wo alles sowieso total triste und doof ist, ist das doppelt wichtig. Ja, also von daher hier nochmal erwähnt, das Projekt 200 Plus. Super. Genau, und dann habe ich noch eine Empfehlung, das erinnert euch vielleicht noch, ist jetzt schon ein bisschen hier. Wir haben an diesem, wie heißt das, Grand Prix de la Vereinslieder Song Contest beim Millerton mitgewirkt. Das ist ja dieser, quasi die Abwandlung des Eurovision Song Contest auf die verschiedenen Vereinslieder. Da gab es ja verschiedene Halbfinal-Abstimmungen für dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. Und jetzt ist die finale Abstimmung dabei. Und natürlich, wie sollte es auch anders da sein, ist Tankart, Spaß weiß wie Schnee, was wir ja ins Rennen geschickt haben, dort mitvertreten. War absolut klar, dass wir soweit kommen. Ja, und jetzt geht es quasi um die finale Abstimmung. Die läuft jetzt bis zum, lass mich gerade gucken, 22. oder 23. November, wo ist der Beitrag da? Bis zum 22. November, 23.59 Uhr kann abgestimmt werden. Und ja, die Finalplatzierungen werden dann in so einer Art Adventskalender ab dem 1. Dezember auf der Seite von Millerton veröffentlicht. Und natürlich ganz klarer Aufruf an euch da draußen. Geht auf die Seite, stimmt ab. Ihr findet das Voting ganz am Ende vom Beitrag auf den Millerton. Und ja, stimmt für die Eintracht ab. Es gibt nichts anderes. Und dann gucken wir mal, ob wir es mal zumindest in die Top 3 schaffen. Das wäre immer das Minimalziel. Ja, wenn die Eintracht schon kein klares Saisonziel hat und kein Konzept, dann haben wir das, bringt Schwarz-Weiß-Fie-Schnee in der Abstimmung bei Millerton mindestens mal in die Top 3. Das ist eine ganz klare Hausaufgabe für euch da draußen. So, und jetzt seid ihr dran. Jetzt habe ich genug erzählt. Jetzt könnt ihr mal hier empfehlen und ich schreibe das hier mal alles auf. Eine kurze Empfehlung habe ich noch. Ich habe es schon reingeschrieben. Reich geschrieben. Reich geschrieben. Reich geschrieben. Scheint momentan in seiner selbstgewählten Quasi-Quarantäne zur, ja, würde ich sagen, textlichen Hochform aufzulaufen und hat jetzt in seiner wöchentlichen Kolumne Reichs Resterrampe einen wunderbaren Text verfasst, wo es um die Eintracht im Niemandsland geht. Das ist ein wunderbarer Text, der so ein bisschen auch die aktuelle Lage, über die wir ja jetzt hier schon trefflich gesprochen haben, der Eintracht skizziert und auch durchaus persifiziert. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man sich momentan alles sehr, sehr gut vom Stefan Reich-Ranitzki. Anschauen, anlesen auf jeden Fall. Lohnt sich, lohnt sich. Also es gibt ja Dinge, gibt ja viele Leute, die in der selbstgewählten Quarantäne nicht viele sinnvolle Dinge produzieren. Er gehört zu den Leuten, die anscheinend ganz gut ohne menschlichen Kontakt auskommen können. Also große Empfehlung. Klingt nach einer guten Empfehlung. Den Text hatte ich jetzt noch nicht gelesen, werde ich dann gleich aber im Anschluss tun. Basti, Patricia, was habt ihr noch Empfehlungen, damit unsere Hörerinnen und Hörer hier die Länderspielpause überbrücken können? Lass mich überlegen. Ich weiß es gar nicht. Ich empfehle alle anderen Texte von Stefan Reich noch. Nee, keine Ahnung. So, einfach alle anderen. Alle anderen. Alle anderen. Alle anderen. Ihr sucht jetzt das Internet danach ab und dann findet ihr genug. Er hat ja auch Bücher geschrieben. Er hat ja auch Bücher geschrieben. Wir haben ja nicht mal Geld dafür bekommen, dass wir da so pluggen. Am liebsten würde ich die Magic Walls von CLN empfehlen. Die würde ich auch ganz gerne selber haben. Damit kann man ja tolle Sachen machen in der letzten Zeit. Wir haben ja so Binge-Watching gemacht. Aber wenn ihr noch was anderes Amerikanisches gucken wollt, könnt ihr AEW Full Gear, also Wrestling, gucken. Hat sich sehr gelohnt. Der Pay-Per-View war wirklich der Besten in diesem Jahr. Auch mal wieder mit ein paar Zuschauern. Hat sich dann sowieso auch ganz gut angefühlt. Ja, die WWE-Alternative bleibt stabil, muss man so zu sagen. So ein kleiner Wrestling-Tipp. Jetzt bin ich aber wirklich still. Ja, ich bin immer noch bei meinem Union Berlin-Buch. Also ich habe noch nichts Neues, was ich euch empfehlen kann. In dem Bereich, das mit The Queen's Gambit, habe ich auch schon am Vorhang gelaufen. Das hatten wir letzte Woche, jawohl. Pft ja, Leute. Ich kann auch nicht jede Woche immer neue Sachen machen. Ich bin jetzt erst mal damit beschäftigt. Vielleicht habe ich noch eine kurze Prä-Empfehlung. Ich setze sehr große Hoffnung, um hier nochmal ein bisschen Druck aufzubauen, auf die Fun-Friends-Folge der Kollegen von 390, die ihr wann am Mittwoch raushaut zum Thema US-Wahlen. Ich hoffe, dass das Thema da nochmal auf eine etwas humoristische Art und Weise aufgearbeitet wird. Das wäre zumindest mein Wunsch. Haben wir probiert. Ich bin aber zwischendrin ausgerastet. Noch besser. Noch besser. Kann es ja nur großartig werden. Also wenn ihr noch nicht Fun-Friends seid und nachdem ihr uns hier unterstützt habt, und natürlich hier Weihnachtspakete für Kinder gekauft habt, noch ein bisschen Geld übrig habt, dann könnt ihr nochmal bei den Kollegen von 390 vorbeigucken und da noch was in den Fun-Friends-Food werfen. Ich glaube, die freuen sich auch. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche geschafft, soweit es ging. Uns versucht mit diesem Thema Fußball und dem, was die Eintracht da auf den Platz bringt, zu beschäftigen. Wir müssen euch jetzt leider in diese fußballfreie oder in diese Bundesliga-freie Zeit, in diese Länderspielpause entlassen, um das nochmal hier an dieser Stelle erwähnt zu haben. Es tut uns sehr, sehr leid. Solltet ihr, weiß ich nicht, lustige Erlebnisse, sonstige Erkenntnisse in dieser Länderspielpause haben, die es wert sind, hier zu erwähnen, dann freuen wir uns über Feedback und freuen uns über ganz viel Unterstützung von euch. Wir werden uns in der nächsten Woche wieder melden und dann mal so ein bisschen nach vorne schauen auf den nächsten Gegner der Eintracht und wie sehr wir uns darauf freuen oder auch nicht. Vielleicht siehst Basti auch einfach lustige Hate-Tweets vor, die er von Leipzig-Fans bekommen hat. Mal gucken, wir wissen es noch nicht genau, wir werden uns aber auf jeden Fall irgendwie mit dem Thema des nächsten Gegners auseinandersetzen. Wir wünschen euch bis dahin eine fußballfreie, eine schöne bundesliga-freie Zeit und macht's gut. Bis dann! Tschüss! Hallo! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.